Hallöchen, Hallöchen, ja wir sind hier noch bei den kleinen Horrorgämchen. Ich hoffe euch gefällt das und ich bin sehr dankbar für eure Unterstützung. Und ja, wir gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Wir sollten eigentlich schauen, aber hier ist nichts. Ist nur alles dunkel. Ich sehe hier nichts. Hm. Da waren wir. Ne, hier waren wir. Okay, wir gucken uns an. Wir gucken uns an. Wir gucken uns an. Alles klar. Wir werden schon rauskriegen, was hier das Pakt ist. Was hier alles hinter steckt. Mit der schönen Dame da hinten. Und wie ist sie? Die Dame ist auf jeden Fall auch hier lang. Aber nicht hier lang. Aber aus der Kirche da raus. So. Guck mal. Ob ich gleich hier durchkomme. Soll ich irgendwas mit Tau machen, ey, genau. Wenn das da repariert werden soll. Damit. Okay. Ja, gucken wir jetzt mal. Irgendwas muss ja da sein. Okay. So, da ist der Weg. Ich glaube, weg kommen wir ja nicht. So. Das, der, das, das. Ist nichts. Und da kamen wir. Haben wir auch erledigt. Gucken wir mal hier. Ich glaube, hier habe ich ja angefangen. Los, der Tor. Macht nichts. So. Gucken wir hier durch. Oh nein. Okay. Alles klar. Dann muss es doch irgendwas zu Hause sein. Vielleicht. Ich habe hier das Wechsel anklicken sollen. Weiß nicht. Aber das Auto ist auch weg. Ich habe mir so aufgefallen sollen, ne? Oder Auto noch da. Ein Auto ist da. Das ist das Auto wäre weg. Auto wäre weg, habe ich jetzt gedacht. Ist nix. Kann ich nix machen. Okay. 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 Das ist so. Es ist mir merkwürdig. Alles ist wichtig. Ich möchte es noch mal machen. Irgendwas muss ich hier machen. und ich auch nicht mehr hoch okay let's go home alte bist aber nicht da so das werkzeug kann man da kommen jetzt raus es ja groß rein ja auch gern mal wissen wie gespeichert wird ich nicht darauf geachtet am anfang das war wieder ein bild also reden mit der die wo bist du die siehnten der die nicht da hätte hallo jetzt mal verraten was das mit den toten aussichert hey dad i put the tools on the workbench in the yard all places fall on hard times but they bounce back we can talk more about this tomorrow you look like you have another question is there another church in this town i thought you said the parish was abandoned who told you this you didn't go off the path did you i told you these woods go on for miles i didn't wander i found a note in the church written to the priest it mentioned this other church and that it was in the eastern village there's only one church in this town and you were there today i also don't want you getting ideas about poking around that village it's too far away and you could get lost so you didn't hear about this when you grew up here nothing about witchcraft or the name lucilia rose i haven't lived in this town in almost 40 years i'm sure lots of things have happened while i've been away but for now we have too much work to do on this house to get caught up in small town gossip all right forget i mentioned it night dad jeder gehen ins bettchen hey nich zu machen all right alles find ich nicht schlafen ungisch Welt Kann ich ihn schlagen? 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 Hoffentlich ist es nicht wieder nachts. Nachts. Kann ich ihn schlagen? 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 Okay. Wie ein Bild ist es auch gut. Vor allem nicht gesehen, das Schild. Checkste, Mitch. Checkste. Wow. Alter, Schild habe ich mich jetzt erschrocken. Wer bist du denn? Alles klar. So fühlt er sich um die gleiche Jagd. Äh. Äh. da mal die kerze an ist es hier ich denke mal dass es nun traum ist ja was hat das nicht so auf sich die ist auch noch und ist die die sitzt an ok so langsam sind auch irgendwo eine kerze die angeht so was bestimmtes sehr merkwürdig die aus moment zuerst ok immer noch spooky okay wer ist das, warte mal, warte mal, warte mal, woman so this is woman eh, so ging die in session neck This is a script here. Neck. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. 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 Okay. Okay, alles klar, das werden wir in der nächsten Folge machen, also wenn es euch gefallen hat, dann ein Däumchen da lassen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.